Hallo und Will... Oh, ich bin K.O. Jetzt mag ich wieder weitermachen. Willkommen zu Let's Play, der ist... Oh Gott. At Capesys. Wie finde ich so K.O.? Jens, was hast du denn Schönes? Hast du Adrenalin für mich? Schokolade. Mhh, lecker schmecker. Ich esse Schokolade. Oh, das überhört wirklich Energie. Den Leeroy. Den muss ich in den nächsten Tagen dann in den Auge behalten. Wo ist denn der Leeroy? Der versteckt dich. Ach komm schon. Hier ist Leeroy. Wieso ist der Englisch? Eine Taschenlampe, cool. Ich kaufe mir eine Taschenlampe. Ich will die mal draußen ausprobieren. Das ist so cool. Das wird bestimmt saukool. Ich brab, weiß auch nicht mehr, wo Nunchakos sind. Nein. Doch, doch. Doch. Das mache ich. Natürlich tue ich Leeroy, ähm... verprügeln. Aber es ist nur Abendfreizeit. Jetzt gehe ich ein bisschen trainieren wieder. Dann bis gleich. Trainiert. Jetzt gehe ich duschen, mitten in der Nacht. Ah, ich dachte schon, der Raumöffel hat mir nichts gedacht. Hey, ich glaube, ich kann mit der Taschenlampe rumlaufen. Hey, ich habe mir Julia in den Hintergrund gehört. PGLP. Hört sich an wie ein Affe. Wieso habe ich zwei aktiviert? Ist das nicht ein bisschen Verschwendung? Also, Shadowfell, Shadowfell, Shadowfell. Kann es auch nicht sein. Die Taschenlampe anmachen. Wie kann man die Taschenlampe benutzen? Ich habe eine Taschenlampe, die nicht leuchtet. Oh, warte mal. Was? Taschenlampe. Ja, ich laufe von der Kiechera. Alle beschweren sich. Shadowfell, das will niemand sehen. Shadowfell hast du nicht ein bisschen Würde. Ich kann euch gleich zeigen, wer Würde hat hier. Entfernte Schokolade von PGLP. Morgen in der Früh ist für euch eine Überraschung, Polizisten. Diese dumme, dieser dumme Kuh, der ist halt. Ich benutze sie noch nicht mal, also. Ich kann sie ruhig benutzen jetzt, also. Äh, zack. Was denn? In meinem traumhaften Körper will doch jeder sehen. Meine Güte, seid ihr anstrengend. Die rasten ja so schnell aus, wenn man nackig rumläuft. Oh, hat sie wieder Icons? Ich hab keine. Ich weiß nicht, wo Nunchakos sind. Was ist das denn? Oh, war der Minzbomb auf. Richtig geht's gleich gut? Jetzt rieche ich gut, oder? Rieche ich gut? Ich hab' mir nicht beantwortet, ich hab' diese Arschlisch. Ach, verdammt! Meine Taschlampe funktioniert immer noch nicht. Ich hab' ein paar Gegenstände. Ich hab' ne Feder sogar. Uh! Plastiklöffel. Das könnte man einen Plastiklöffel machen. Kann ich den gegen die Wand tauen? Ich hab' mal Kissen genommen. Ich geh' mal kurz Pegelfee besuchen. Ah, dann scheinbar hat er das mitgenommen. Er ist mein Bruder. Er ist mein Bruder. Er ist mein Bruder. Ich darf das! Ich darf das! Ich darf das! Der ist mein Bruder! Was ist das? Was ist das? Gut, jetzt muss ich Leroy ganz schnell verprügeln. Ich muss ganz schnell zu Leroy. Ganz, ganz schnell. Muss Leroy... Nein! Da drin ist er bereits. Nein! Verdammt! Nein, 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 nein! Hehe! Kann niemand gefeuert werden? Ach, ich hätt' ihn schnell verprügeln sollen. Mach die Tür auf! Meine Güte! Komm schon! Mach mich rein! Mach mich rein! Ah, Abendappel, ja okay. Ich glaub' den krieg' ich ja nicht mehr raus. Scheiße, ich hab' verkackt. Naja, die Klappe. Ah! Duschen. So entspannend. Ne, Officer? Duschen ist entspannend. Duschen ist gut. Hab' die Mangos für mich? Ich weiß ja nicht, könnt ihr da sein, also. Aber da kann... Leeroy verprügeln. Leeroy. Leeroy. Da, Leeroy. 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 Oh, Scheiße! Leeroy. Das waren ein paar zu viel. Ey, wer kann da noch nicht mal jemanden in Ruhe verprügeln? Wisst ihr was? Ich ruf' jetzt meine Mama an. Hallo? Ja? Ja? Ist hier die Seelenhilfe? Nein. Ja? 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 Wieso? Nein. Ah. Okay. Krieg ich trotzdem noch einen Keks? Hörst du mir überhaupt zu? Ah, schade. Nein, du kriegst keinen Keks. Meine Güte! Ich sollte langsam mal wieder was essen. Ich hab' schon seit... Hey! 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 Cool! Ich muss noch nicht mal jemanden verprügeln und ich hab' mich jemanden verprügelt. So. Holzkomponente. Volle Socke. Ja. Volle Socke. Dann, ler, ja. dann, Meine Güte Ich muss irgendeinen Plan machen Ich habe gesagt, ich möchte jetzt Irgendwie anders ausbrechen, aber So viele Möglichkeiten gibt es ja jetzt nicht Anders auszubrechen Als jemand mich zusammen Durchzuschlagen Wird mir nichts sein Ich kann jetzt nicht durch die Wände Ich war gerade duschen Dafür bräuchte ich eine Schaufel Wie machen wir denn eine Schaufel Die steht bestimmt auch irgendwo drauf bei den Notizen Hier, improvisierter Griff Aber wie kriegt man einen improvisierten Griff Hier Pfeile und Holz Pfeile Holz Klebeband mit Teilblech Pfeile Holz Ah, das kriege ich locker hin Pfeile Holz Pfeile Holz Da Nein Das ist doch jemand rum Leeroy Oh Ja, ja Ich darf mich doch wohl abmelden Vom Duschen Ey, ich werde aber nicht mal entscheiden Ob er duschen gehen möchte oder nicht Ja, ich tue das Ding fallen lassen Ich habe es fallen gelassen Diese dumm Halt mich doch mal verarschen, Mann Okay Okay Jetzt mache ich sogar gerne die anderen zuschlagen Geh auf Abendappell Krawall machen Oh Oh Hm, Besen Cool Oh, hier sind schon mal ein paar härtere Kerle hier Die halten schon mal viel mehr aus Die halten schon mal viel mehr aus Gut, ich bin schon mal noch voll trainiert hier Du hast einen Mob, eine Tasse Ach, du hast Schade Naja, wenn man nicht viel Geld hat Ich weiß es nicht Klebstoff Folie Wollen wir doch verarschen Hm Ich weiß schon, wie ich in etwa Krawall machen kann Erstmal ein bisschen ausziehen Ich weiß schon, wie ich in etwa Ich weiß schon, wie ich in etwa Ich weiß schon, wie ich in etwa Äh, wieso ich auch Er hat mich doch mit mir Mühe angelegt Er hat mich geschlagen Dumm Kuh Äh, wieso Oh, verdammt, ich muss einen Krawall machen Ich gehe in den Dunkeln ein bisschen trainieren Schönes Ding So was lässt sich doch mal loben Ich gehe ins Bett Lass mich ins Bett gehen Ich gehe in den Dunkeln Oh, verdammt, ich gehe in den Dunkeln Wieso ist das so hart? Oh, der hat ne Waffe. Du bist denn wirklich ein Arsch? Was kann man denn damit machen? Schlaftabletten. Ich bin ja schon da. Ich wurde gerade nur zusammengeschlagen. Muss ich denn die Hand nehmen? Nee. Was soll ich denn dann machen? Oh, das mögen die. Oh, praktisch. Ah. Abendappel. Scheiße. Plastikgabel von Geof. Meine Güte. Ah. Halt die Klappe. Ist mir gar nichts zu sagen, Polizist. Na gut, eigentlich schon, aber... Ich hör auf niemanden. Und ich weiß schon, was ich zum goldenen Abschluss mache der Folge. Bis zum goldenen Abschluss meiner Folge. Ja. Hahahaha. Verfolg mich doch. Ist mir doch egal. Hahahaha. 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 Okay. Das war's mit der... Mit dieser Folge. Bis zum nächsten Mal. Euer Scheriffel. Bye.